hallo mein name ist nils schweighöfer ich habe mich hier einschließen lassen in einer schönen suite im hilton hotel in frankfurt zwölfter stock mit herrlicher aussicht und sechs anderen wundervollen menschen und es ging darum sieben bücher zu schreiben jeder hat hier angeklotzt vollgas gegeben und zweieinhalb tage tag und nacht geschrieben unglaublich was hier für eine energie herrscht wie sich ja jeder angestrengt hat und das so erzeugt hat ja der alle mitgerissen hat und ja die ergebnisse sprechen für sich es ist wirklich absolut beeindruckend und ich bin dem ernst der dieses buch mentoring organisiert hat sehr sehr dankbar und natürlich auch dem daniel der mich darauf aufmerksam gemacht hat und zuletzt natürlich auch der bär denn ohne bär und daniel wäre dieses herrliche buch mentoring so nicht zustande gekommen also allen dreien vielen vielen lieben dank